4.000 Abonnenten. Ich finde, das sollte man feiern. Dazu kann ich einfach nur sagen, Dankeschön. Danke, danke, danke. Es ist einfach nur zu krass, denn circa vor zwei Monaten habe ich die Kanalumstellung gemacht. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt gab es einfach gar kein FIFA mehr und ab da ging es einfach nur noch bergab. Ich habe auf jedes Video ungefähr 20 bis 30 Dislikes bekommen und es haben auch sauviele Leute deabonniert, weil ich eben kein FIFA mehr gemacht habe. Und da ich eben im FIFA-Kanal war, haben mich eben auch ein paar gehatet, kann man fast schon sagen. Aber es gab eben auch so viele treue Abonnenten, die immer wieder unter meine Videos geschrieben haben. Ich finde das echt klasse, dass du das so durchziehst, das finde ich richtig, richtig gut. Und bei diesen Leuten möchte ich mich einfach nochmal richtig, richtig heftig bedanken, weil durch euch habe ich das Ganze auch geschafft, mehr oder weniger. Durch euch habe ich jetzt eben 4000 Abonnenten geschafft. Denn zum Zeitpunkt der Kanalumstellung waren wir bei 3900 Abonnenten und nach ungefähr einem Monat waren wir dann nur noch bei 3600 Abonnenten. Und erst dann ging es wieder bergauf und ja, Freunde, ich bin euch einfach nur riesig dankbar, wenn man das so sagen kann. Jetzt besteht natürlich noch die Frage, was für ein Abonnentenspecial kommen wird. Und da kommt jetzt nämlich auch ihr ins Spiel, denn ihr könnt jetzt entscheiden, was ich für ein Abonnentenspecial machen soll. Ich habe keine genauen Vorstellungen, deswegen haut mir einfach mal Vorschläge für Abonnentenspecials in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn da jeder zumindest einen Vorschlag reinhauen könnte. Am besten wäre natürlich ein Video, das auch mit euch zu tun hat. Es wird aber auf jeden Fall auch nicht so ein ganz fettes Abonnentenspecial, denn ein richtig heftiges Abonnentenspecial wird dann erst zu den 5000 Abonnenten kommen, wenn wir die hoffentlich bald erreichen werden. Da könnt ihr euch echt auf was gefasst machen. Und ja, Freunde, das war es eigentlich auch schon von diesem Video. Ich wollte einfach nur Danke sagen, schreibt Vorschläge für das Abonnentenspecial in die Kommentare. Ja, danke, danke, danke. Ich kann es nicht oft genug sagen, ihr könnt es, denke ich, sehen. Ich bin einfach nur überglücklich. Ach ja, übrigens, ich nehme das Video jetzt schon mit der neuen Canon Legria auf. Das heißt, ich habe jetzt endlich wieder die Canon Legria parat. Das ist auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich nice, denn genau heute ist sie gekommen. Und genau heute haben wir auch die 4K geknackt. Einfach noch richtig, richtig krass. Und jetzt war es auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich einfach nochmal recht herzlich für euren Geinsupport in letzter Zeit. Und dann sage ich auch schon immer, ciao Leute bei Dave.